TV-Millionär Robert Geis, 60, und seine Ehefrau Carmen, 59, lieben ihre beiden Mädels abgöttisch, doch auch bei der schillernden Familie gibt es manchmal Knatsch. Robert Geis hat genug von der Faulenzerei seiner Töchter. Mit 19 und 20 sollen sie auf eigenen Beinen stehen. Er und Carmen drohen Davina und Schenaya jetzt mit Rausschmiss aus dem Zuhause in Saint-Tropez. Vor allem Papa Robert ist gar nicht happy mit der Arbeitsmoral seiner Kinder, wie in der neuesten Folge der Doku Davina und Schenaya, We Love Monaco rauskommt. Doch Davina hält dagegen, ich finde, dass wir schon ganz viel arbeiten. Wir machen ja die Geissens und We Love Monaco. Ich mache Instagram und TikTok. Ich brauche keine Jobs mehr, ich brauche ein bisschen Urlaub. Und ich bin noch jung. Aber ob das wirklich Arbeit ist? Um Geld geht es dem Ehepaar Geis nicht. Carmen erklärt, es ist ja nicht so, dass die Kinder nur auf uns leben. Die benutzen ja auch wirklich ihr eigenes Geld. Wir haben da auch kein Druckmittel, dass man sagt, der Geldhahn wird abgedreht. Robert fügt hinzu, wir müssen die mit einem Rezept auf die Reihe kriegen, damit wir sie ans Arbeiten bekommen. Der Plan? Robert droht seinen antriebslosen Töchtern. Entweder, sie machen jetzt verschiedene Jobs auf Probe, oder sie verlieren ihre Luxusleben-Vorteile. Der Plan? Robert droht seinen Antriebslosen Töchtern.